Hallihallo! Ja, wir haben jetzt viel Zeit in die Pipeline investiert. Guckt mal, wie viel Code das ist. Bis hier, da haben die Shader angefangen und das ist dann alles Pipeline. Alles Pipeline, alles Einstellungen, Shader, Fixed Functions, Render Passes und so weiter und so fort. Aber damit ist jetzt erstmal für einige Episoden ab der nächsten Episode Schluss, denn jetzt setzen wir die Pipeline wirklich auf und setzen die einzelnen Parts, die wir jetzt in den letzten Episoden hier erstellt haben, wirklich zusammen. Gut, fangen wir damit direkt an. Das ist dann ein vk-graphics-pipeline-create-info. Das nenne ich dann Pipeline-create-info. So, und jetzt gehen wir da mal rein und gucken, was es da hat. Das ist ein ziemlich, ziemlich großes Struct. Oder, ja, was heißt ziemlich groß? Es hat halt einiges und da drin sind ja auch wieder überall Structs, die doch eine ganz gute Größe haben, was die ganze Create-info hier ziemlich riesig macht. Gut, gehen wir nacheinander durch. S-Type, kennt ihr den Sinn? Ich werde euch gleich sagen, auf was wir das stellen müssen. Pnex auf Null-Pointer-Flex auf 0, wobei wir hier tatsächlich, das ist nicht Future-Use, hier gibt es unterschiedliche Sachen, die wir einstellen können. Dazu komme ich gleich noch, schiebe ich ein bisschen auf zu den letzten beiden hier. Das hat nämlich damit zu tun. So, dann das nächste ist Stage-Count. Das sind die Shader-Stages, also wie viele Shader haben wir sozusagen, beziehungsweise es sind wirklich die Stages von den Shadern. Shadern bei uns sind es zwei Stück, nämlich der Vertex- und der Fragment-Shader. Dann der Input, Vertex-Input-State, den haben wir gemacht. Den Input-Assembly-State haben wir gemacht. Dann den Tessellation haben wir nicht gemacht, deswegen können wir den auf Null-Pointer setzen. Der ist hier an der Stelle optional. Dann den Viewport-State, den haben wir gemacht. Dann den Rasterization-State, auch den haben wir gemacht. Multi-Sampling-State haben wir auch gemacht. Nächste Step-Stancil-State haben wir wieder nicht gemacht, ist auch hier wieder optional. Deswegen können wir das herauslassen mit Null-Pointer. P-Color-Blend-State haben wir gemacht. Da kommt dann das Richtige rein. Dynamic-State, das ist ganz interessant. Denn eigentlich, wenn wir irgendetwas an der Pipeline ändern wollen, dann haben wir da nicht wirklich eine Möglichkeit. Wir müssen die Pipeline nämlich jedes Mal komplett neu aufsetzen. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen schlimmer an, als es ist. Wir packen das natürlich dann in unterschiedliche Funktionen und sagen, ich will jetzt die Pipeline so und so mit der Änderung, bla bla bla. Aber es gibt ein paar Sachen, die man dynamisch machen kann. Und das wird hier in dem Dynamic-State angegeben. Wir haben das nicht gemacht, deswegen werde ich das auf Null-Pointer setzen. Aber wir gucken trotzdem ganz kurz rein. Wir können hier bei dem VK-Dynamic-State ein paar Sachen dynamisch machen. Zum Beispiel den Viewport ist sehr sinnvoll, wenn man zum Beispiel das Fenster resizable machen will. Dann muss der Viewport angepasst werden. Oder die Scissors oder die Line-Width und so weiter. Das könnten wir dann alles dynamisch halten und müssten eben die Pipeline nicht komplett neu aufsetzen, um das jeweils zu verändern. Genau, dann bei dem Layout, das haben wir schon, das Pipeline-Layout geben wir rein. Render-Pass geben wir hier rein. Dann hier den Sub-Pass geben wir ein. Das ist ein Index, also welchen Sub-Pass wir hier jetzt verwenden wollen. Das ist dann also bei uns eben Index an der Stelle 0, denn wir haben nur einen Sub-Pass. Und jetzt komme ich noch zu den zwei letzten. Die werden bei uns hier VK-Null-Handle sein und irgendein Index, da wir das hier auf Null setzen, ist es eigentlich egal, was wir hier rein geben. Die beiden sind dafür gedacht, wir können nämlich Pipelines, habe ich ja gesagt, wir müssen die jedes Mal neu aufsetzen, aber wir können trotzdem dafür sorgen, dass Pipelines voneinander erben. Auf die Art und Weise gibt es verschiedene Vorteile. Einerseits dauert das Aufsetzen nicht so lang und andererseits können Pipelines, wenn wir unterschiedliche Pipelines haben, dann müssen wir zwischen den Pipelines switchen im Programm und das geht schneller, wenn die in der Vererbung sozusagen nahe beieinander liegen. Und das könnten wir hier machen, machen wir aber nicht, denn wir haben ja noch keine andere Pipeline, von der wir erben könnten. Wir machen ja gerade die allererste Pipeline, also von dem her können wir sowieso nicht erben. Und wenn wir das machen wollen, dann müssen wir zusätzlich noch hier oben bei den Flags, die Bits sagen, Derivative Bit. Dadurch wird dann gesagt, okay, ich möchte jetzt erben von einer anderen. Und bei derjenigen, die geerbt wird, muss noch Allow Derivatives Bit gesetzt werden. Also da sind die Flags hier ausnahmsweise auch mal wieder nicht für Future Use, sondern die sind auch momentan schon sinnvoll. Okay, dann setzen wir einfach mal hier die unterschiedlichen. Kopiere ich raus und kopiere sie rein. Und ich muss hier wirklich schon scrollen, wenn ich in 720p das Ganze aufnehme. Krass. Das ist dann Pipeline Create Info, habe ich es, glaube ich, genannt. Ja, richtig. Gut, der S-Type muss gestellt werden auf VK. Structure, Type, Graphics, Pipeline, Create Info. Dann P-Next, wir haben keine Extension, die sich darum kümmert, deswegen Null Pointer. Flex, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht von irgendwas erben oder das Ganze erbar machen oder sonst irgendwas. Deswegen stellen wir das einfach auf 0, um alles auszustellen. Dann Stage Count ist 2 und wir haben ja hier oben das Array, wenn ich es jetzt auf die Schnelle hoffentlich finde. Genau hier das VK Pipeline Shader Stage Create Info, die beiden Shader Stages, die müssen wir jetzt hier reingeben. Also hier ist gleich Shader Stages. Das nächste ist dann der Vertex Input Create Info oder die Vertex Input Create Info, dann Input Assembly Create Info. Im Prinzip einfach alles nochmal hier jetzt reinsetzen, was wir die letzten Episoden über gemacht haben. Tessellation ist Null Pointer, da wir das ja nicht gemacht haben. Dann hier kommt rein der Viewport State Create Info. Das hier ist natürlich als Pointer, sorry, die Speicheradresse, damit nicht kopiert wird umständlich, sondern die Speicheradresse wird da übergeben. Dann hier, das ist der Restorization Create Info. Und hier ist es Multi-Sample Create Info. Und den haben wir wieder nicht, den Stencil Depth Buffer haben wir nicht, deswegen Null Pointer. Color Blend ist die Speicheradresse von Color Blend Create Info. Und Dynamic States, wie gesagt, auf Null Pointer, denn die benutzen wir nicht, auch wenn sie interessant sind. Eventuell werde ich die später noch benutzen. Mal gucken. Layout ist hier unser Pipeline Layout. Das Pipeline Layout hier nicht mehr die Speicheradresse übergeben, denn das Pipeline Layout ist ja ein VK Pipeline Layout. Und das ist ein Handle. Und Handles müssen wir nicht so machen, dass wir die Speicheradresse uns holen. Genauso wie der Render Pass ist auch ein Handle. So, und das Sub Pass ist hier Null, denn wir haben in dem Render Pass ja nur einen Sub Pass drin. Und da müssen wir, wie gesagt, den Index angeben und das ist eben Null. Und hier können wir jetzt reingeben, VK Null Handle. So, warum können wir hier nicht Null Pointer reingeben? Null Pointer. Das funktioniert leider so nicht, denn das Ganze ist hier kein Pointer, sondern ein Handle. Und deswegen müssen wir hier VK Null Pointer, äh Null Handle reingeben. Der Unterschied ist, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erklärt habe in einer meiner Episoden. Eventuell habe ich das aber hier einfach nochmal kurz die Erklärung. Handles sind, grob gesagt, funktionieren ähnlich wie Pointer, nur können wir mit denen keine Pointer Arithmetik machen. Das sind irgendwelche Zeiger auf Vulken, die irgendwie im Hintergrund laufen. Solange wir die haben, die einzelnen Handles, also zum Beispiel hier der Render Pass und so weiter ist alles okay, aber wir dürfen damit jetzt nicht rechnen. Also wir dürfen nicht Render Pass plus 1 machen, da würde Zeug kaputt gehen. Gut, äh, und das nächste ist dann ein beliebiger Index. Ich könnte hier sagen Null, aber das wäre ein valider Index. Ich will lieber einen invaliden Index hier reingeben, um wirklich sicher zu gehen, dass das nicht benutzt wird. Gut, und damit sind wir dann hier in der Create-Info fertig. Das ist die größte Create-Info, die es in dieser Serie, glaube ich, bisher gab, wenn ich mich nicht täusche. Gut, äh, und in der nächsten Episode setzen wir es tatsächlich mal auf. Bis dann!